Hallo, ich bin Yasemin. Kulturelle Vielfalt ist auch bei der bayerischen Polizei nicht mehr wegzudenken. Meine Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern haben eine wichtige Botschaft für euch. Hallo, ich heiße Manu. Hallo, ich bin Jeffrey Feigl. Hallo, ich bin Salih. Hallo, ich bin Yunus Manzuri. Hallo, ich bin die Rebecca und ich arbeite bei der bayerischen Polizei. Egal welcher Herkunft oder Kultur. Gemeinsam sind wir stets für eure Sicherheit da. Vielfältigkeit heißt auch, andere so zu akzeptieren und so respektieren, wie sie sind. Wir sind für euch im Einsatz. Wir sind die bayerische Polizei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute feiert die UNESCO den Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung. Ein wichtiger Tag. Und ein guter Anlass, auf die herausragende Rolle des interkulturellen Dialogs für Frieden und nachhaltige Entwicklung hinzuweisen. Auch unsere bayerische Polizei leistet hier einen maßgeblichen Beitrag. So können sich ausländische Staatsangehörige bereits seit 1993 für den Dienst bei der bayerischen Polizei bewerben. Unsere Kolleginnen und Kollegen mit ausländischen Wurzeln sind eine wichtige Bereicherung für unseren Polizeidienst. Sie sind das beste Beispiel dafür, wie Integration gelebt wird und gelingt. Durch ihre Mitwirkung können wir in einen noch engeren Dialog mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserem Land treten. So stärken wir auch weiterhin die interkulturelle Kompetenz und die Bürgernähe unserer bayerischen Polizei. Damit die Menschen in unserem Land auch in Zukunft in Frieden miteinander leben können.